So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Carlos. Hallo Dustin, hallo Dustin. Wow, kein buntes T-Shirt, sondern mit Anzug. Mit Anzug, ja, heute. Nächstes Mal nehme ich vielleicht auch mal das bunte T-Shirt mit. Hast du so ein buntes T-Shirt wie Udo? Ich müsste mir vielleicht eins kaufen. Hast du einen? Nee, ich auch nicht. War sehr überrascht, aber gut. Man ist immer wieder überrascht. Sehr cool. Wir wollen doch vielleicht ein bisschen Action haben. Vor den Fettsitzungen. Das war, glaube ich, so seine Idee. Habe ich zumindest am Rande mitbekommen. Wir werden heute da auch einen Blick drauf werfen. Wir starten aber ganz kurz nochmal mit einem Blick auf unsere Themen. Carlos, Marke Drowned hat kurz vor deinem Urlaub nochmal die Ehre. Ja, lange nicht. Genau, Christoph ist im Tunnel. Im Fokus, genau. Im Fokus, weil er auch ja kurz vor seinem Urlaub steht und programmiert wie verrückt. Und ja, also liebe Grüße, Christoph, wenn du uns zuhörst. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Dafür muss die Zeit sein. Ja, wir gucken auf die Märkte, wie sagt Dow Jones, zurück auf Höchstständen. 35.000 Punkte werfen wir einen Blick drauf. Die große Frage, Rezession, ja, nein, war sie schon, kommt sie noch, bleibt sie doch aus. Auch da werfen wir natürlich einen kurzen Blick drauf. Wir werfen auch einen Blick auf die Volatilität im Markt und haben so eine kleine Frage auch dazu zu euch. Ja, wie ihr dazu steht, was ihr damit anfangen könntet. Wir werfen einen Blick auf die Quartalszahlen und du hast es gerade eben schon geteasert, habe ich gesehen, mit dem X. Wir gucken nicht ganz aufs X, aber wir gucken auf Tesla und damit natürlich auch mit einem kurzen Blick auf Elon Musk, die haben Quartalszahlen geliefert. Und ja, wir werden das mal so ein bisschen hier unter die Lupe nehmen. Wir starten aber wie immer mit einem kurzen Blick auf die Märkte und wir starten mit einem kurzen Blick auf den DAX und ihr seht, wir verharren relativ standhaft oben bei diesen nahen Höchstständen, kann man so sagen. Wir warten ja nur noch eigentlich einen Zinsschritt in dieser Woche und auch dann soll es hoffentlich vorbei sein. Das ist zumindest das, was aktuell die Märkte antizipieren und dementsprechend sind auch zwischendurch die Anleihen in der letzten Woche ein ganzes Stück zurückgekommen. Die zehnjährigen Bundesanleihen dann zwischendurch auf einen Tiefpunkt von so 2,3 Prozent. Es gab dann wieder eine Gegenbewegung, insbesondere getrieben von etwas schlechteren Zahlen, Wirtschaftszahlen dann aus der letzten Woche. Aber grundsätzlich ist die Stimmung doch relativ positiv und das hat man auch in der Woche gesehen. Wir haben so eine leichte Treppenbewegung gehabt, relativ konstant, aber auch relativ wenig Bewegung im Markt, zumindest am DAX. In den USA war es ein bisschen aufregender, kann man so sagen. Insbesondere der Dow Jones ist gut geklettert in der letzten Woche, getrieben durch sehr positive Zahlen aus den 30 Unternehmen, die den Dow Jones zumindest zusammenbilden. Ein bisschen schwieriger sah es da aus beim S&P 500 und beim Nasdaq. Der Nasdaq, man sieht es sogar auf Wochensicht, etwas gefallen. Ja, da waren die Tech-Werte die relativ schlechte Quartalszahlen, zumindest hat der Markt sie relativ schlecht gewertet, den Index nach unten gezogen haben, also gegensätzlich zum Dow Jones. Beim Nasdaq, wir sehen es gleich, waren insbesondere Tesla und Netflix, die dazu geführt haben, dass der Index da gefallen ist. Ja, beim Dow Jones dann positive Zahlen, beim Nasdaq gab es dann auch noch die News, dass er jetzt wieder umgeschiftet wird, weil diese großen Werte jetzt über 50% des Anteils ausmachen tatsächlich. Und dann führt es immer wieder dazu, dass es ja auch da einfach eine Neusegmentierung gibt im Index und es führt dazu, dass diese Titel wieder geringer gewichtet werden, dass man wieder auf so eine annehmbare Indexgewichtung von ungefähr 40% zurückkommt von diesen großen Titeln. Ja, das waren so die großen News der Woche. Insbesondere muss man aber sagen, gucken alle natürlich auf weitere Quartalszahlen und auf die FET-Sitzungen und die EZB-Sitzungen diese Woche. Aber glaubst du, wird es da eine Überraschung geben? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, wir bleiben bei den 25 Basispunkten. Das ist schon fast so zemitiert. Auch der Markt ist sich da eigentlich fast sicher, muss man sagen. Und es wird aber so ein bisschen spannender sein, was steht so drumherum. Was wird drumherum gesagt? Was steht in den Notes? Sowohl bei der EZB als auch bei der FET kommt vielleicht noch eine, kommt vielleicht keine. Wie sagt man, rechnet ja mittlerweile bei beiden Märkten eigentlich damit, dass halt keine mehr kommt. Bei der FET noch ein bisschen sicherer als bei der EZB, aber da wird es ja das Spannungsverdienste. Ich glaube, wir werden diese ganzen Szenarien erst in der zweiten Jahreshälfte so richtig spüren. Die ganzen Zinsanhebungen, das versetzt sich ja immer später. Und ich bin ja mitten involviert auch im Baubereich. Also da spürt man das jetzt noch nicht so richtig. Ich habe gestern mit Christoph gesprochen. Holzpreis ist unter dem Corona. Also es steht vor dem Corona-Preis. Das merkst du aber noch nicht dort. Also all diese negativen und positiven Szenarien sind noch nicht so richtig drin. Und ich glaube, das Negativ-Szenario überwiegt so ein bisschen. Also ich bin gespannt. Viele sagen ja, im Herbst wird es nochmal richtig Richtung Süden gehen. Genau, das ist ja immer so. Ich muss sagen, relativ am Anfang des Jahres haben viele gesagt, wir hätten unser Hoch im März. Und im Sommer wäre es schon wieder runtergekommen. Jetzt verschiebt sich das alles so ein bisschen. Und wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen. Es ist dann wieder dieser Mix aus dem, was gerade passiert, ist ja so ein bisschen die Vergangenheit, die wir sehen. Und das, was im Markt gar nicht gehandelt wird, ist wieder die Zukunft. Und wir müssen irgendwie so den Mittelpunkt finden, wo sich gerade die Kurse einreihen. Und da bleibt es einfach spannend, wie positiv am Ende die Zukunft skizziert wird und wie dann auch die Märkte darauf reagieren. Wenn dann so nach und nach immer mehr wieder die Ereignisse in der Vergangenheit dann eintrudeln. Ein bisschen mehr los war tatsächlich in Asien wieder. Wir wissen es, beim Hang Seng und beim Nikkei läuft es mal besser, mal schlechter. Insbesondere China kämpft einfach mit schlechten Wirtschaftsdaten und schlechten Wachstumsprognosen, muss man auch so sagen. Und das schlägt sich immer wieder auf den Markt durch. Es gibt dann wieder immer so Negativimpulse, bei denen einfach darauf hofft, dass jetzt wieder durch regulatorische Maßnahmen der chinesischen Zentralbank ein Stimulus mehr oder weniger für den Markt folgt und man einfach wieder daraus so ein positives Momentum kreieren kann. Und das schlägt sich natürlich auch immer mal wieder beim Nikkei durch. Denn auch da hat man natürlich zum einen einen wichtigen Handelspartner mit China und zum anderen ist das natürlich immer da sehr auch an den Yen gebunden, der immer seine Stärke gerade wieder gegen den US-Dollar beweisen muss. Und davon sind insbesondere beim Nikkei sehr stark auch die Märkte getrieben. Und das haben wir auch wieder in der letzten Woche gesehen. Wir sehen es hier an diesen großen Balken. Das waren insbesondere wieder Diskussionen rund um das Thema, stützt die Zentralbank den Yen weiter? Oder wie sind da die Mechanismen, um das irgendwie abzufedern, dass man so weit nach oben läuft im Euro-Yen-Kurs, im US-Dollar-Yen-Kurs ab? Und auch insbesondere, der steht natürlich dort im Fokus. Ja, und das ist das, was da so die Märkte bewegt. Auch da haben wir ja einen Zinsentscheid diese Woche. Aber ich glaube, da werden wir keine weitere Überraschung erleben von der Bank of Japan. Aber wer weiß es, wer weiß es schon. Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch eine weitere Sache mitgebracht. Und das ist eine Sache, mit der ich mich insbesondere in der letzten Woche sehr stark beschäftigt habe. Wir haben ja gleich auch eine kleine Umfrage zu euch, bei der ihr schon mal abstimmen dürft. Und zwar, da hier der VDAX, beziehungsweise auch der WIX, also der Volatilitätsindex in den USA und in Deutschland und vom DAX und vom S&P 500, um es genau zu sagen. Und er zeigt an, wie denn so die implizite Volatilität am Markt ist in den nächsten 30 Tagen. Und ja, was man hier sieht, ist, dass wir seit dem Hochs von Corona immer auf eigentlich einem erhöhten Niveau gelegen haben. Und jetzt sehr, sehr stark nach unten gelaufen sind. Das heißt, wir nähern uns wirklich sehr, sehr niedrigen Volatilitäten an. Und diese niedrigen Volatilitäten sind für den einen besser, für den anderen schlechter. Das kommt immer natürlich darauf an, wie man den Markt liest. Oftmals ist es ja so, dass niedrige Volatilitäten eher dazu führen, dass die Märkte klassischerweise steigen. Und sehr schnell steigende Volatilitäten führen eher zu fallenden Kursen. Das heißt, als langfristiger Investor freut man sich tendenziell eher. Aber ich habe insbesondere das die letzten Tage genutzt, um viele Optionsstrategien umzusetzen, weil man natürlich durch niedrige Volatilitäten auch günstig Optionen kaufen kann und günstig Optionsstrategien umsetzen kann. Und damit auch so ein bisschen mal an euch die Frage gerichtet. Ihr dürft dazu gerne einmal abstimmen, ob euch denn auch sowas einfach generell mal interessiert, dass wir ja auch mal hier im Club in der Runde Optionsstrategien durchsprechen, wie man sowas umsetzen kann, wie wir da vorgehen können, wie wir an der Stelle einfach vorgehen, um auch solche, das sind natürlich komplexere Themen und Themen, die man ein bisschen intensiver durchsprechen kann, aber auch etwas am Markt, was natürlich irgendwie ganz spannend ist und wo wir, glaube ich, auch mal einiges zu erzählen können in der Zukunft. Ich lasse euch nochmal weiter abstimmen und gehe währenddessen nochmal weiter zu den News der Woche. Und ja, dort gucken wir ja nochmal so ein bisschen das, was am Markt geschehen ist. Und in der letzten Woche war gesagt, wie einiges los. Es geht zwar noch spannender nächste Woche weiter. Wir starten aber mit AMC. Ein Meme-Stock lange Zeit gewesen, aber eigentlich einer der größten Kinokettenbetreiber in den USA. Ist tatsächlich jetzt die letzten Tage sogar positiv aufgefallen, weil wir zwei Blockbuster aktuelle am Markt haben, Barbie und Oppenheimer. Oppenheimer habe ich auch tatsächlich schon selber gesehen. Also irgendwie schwimme ich mit dem Trend mit. Spannend, aber lange. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, knapp drei Stunden geht der Film. Aber man braucht schon ein bisschen Zeit im Kino. Ich fand es aber sehr spannend. Aber ich bin auch Fan von Christopher Nolan. Also ja, wer da Lust hat, sich das anzugucken, kann ich empfehlen. Barbie kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. AMC ist aber tatsächlich aus anderem Grund ausgefallen. Und zwar hat man, um Schulden zu bekämpfen, Aktien ausgegeben. Und Zervorzugsaktien. Und irgendwie hatte man scheinbar immer so im Hinterkopf, ja, wir wandeln die dann irgendwann in normale Aktien und umgehen so ein bisschen diesen normalen regulatorischen Prozess, den man durchlaufen muss. Und eigentlich haben alle gedacht, ja, das wird trotzdem funktionieren, so wie es von AMC geplant ist. Jetzt hat aber ein US-Gericht das Ganze gekippt und hat so ein bisschen das in Frage gestellt, ob das denn wirklich konform ist. Und darauf ist die Aktie sehr, sehr stark gestiegen, weil man schon fast damit gerechnet hat, dass man verbessert wird. In der Spitze waren es mal 60 Prozent, dann ist man wieder runter auf so knapp 40 Prozent. Es hat sich jetzt auch wieder ein bisschen korrigiert. Dann gab es dann wieder diesen positiven Momentum von Barbie und Oppenheimer. Aber doch immer wieder ganz spannend, was auch dort so im Hintergrund passiert. Wir hatten Cavanagh, US-amerikanischer Gebrauchtwagenhändler. Hatten wir mal drüber gesprochen, als wir hier über Auto 1 vor ein paar Wochen, Monaten gesprochen haben. Die haben auch eigentlich ein positives Momentum jetzt gerade mal wieder erlebt. Also es wird zumindest wieder besser. Und zwar hat man bessere Quartalszahlen geliefert und man hat es geschafft, sich mit seinen Gläubigern zu einigen. Das große Problem sind die großen Schuldenbeträge. Man hat den Höhenflug nach der Corona-Zeit, als alle Gebrauchtwagen haben wollten. Da hat man sich so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, verspekuliert. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und da hat viele Schulden angehäuft. Und jetzt hat man sich aber darauf geeinigt, dass man sie neu strukturieren kann. Also es gibt einen Weg nach draußen und das hat die Aktie am Ende sehr befeuert. Übrigens, ich glaube, fast 1000 Prozent seit Jahresbeginn im Plus. American Express hat Zahlen geliefert, mal wieder besser als erwartet. Kann man sagen, die Gesamterträge stiegen. Die Gewinne sind gestiegen. Also man sieht einfach sehr viel Spending, sowohl im Konsum als auch im Reisebereich. Die Aktie ist trotzdem leicht gefallen, was insbesondere mit der Zukunftsprognose so ein bisschen zusammenhängt. Man muss immer rechnen, dass ja auch große Banken und Zahlungsdienstleister ja immer viel Kredite auch vergeben und das eigentlich positiv ist in dem Zinsumfeld, wo man hohe Zinsen durchsetzen kann. Auf der anderen Seite muss man mal sagen, hohe Zinsen führen halt auch dazu, dass einige Kunden ihre Kredite nicht mehr so ganz zurückzahlen können, wie es eigentlich geplant war. Und da diese Vorsichtsmaßnahme muss man quasi mal sich im Geschäftsmodell mit berechnen. Man muss dafür Rückstellungen bilden und die werden immer größer und mindern dann so ein bisschen den Gewinn. Und das ist ein Problem, was sich so ein bisschen skizziert hat, weshalb die Aktie auch dann leicht gefallen ist. Ja, und wir hatten Netflix-Kartalszahlen. Auch da eigentlich besser als gedachte Quartalszahlen kann man sagen, man hatte besseren Gewinn, man hatte tatsächlich mehr Nutzer akquirieren können, als vielerlei gedacht wurde. Man setzt ja jetzt immer mehr und mehr durch, dass eigentlich nur noch ein Account pro Haushalt benutzt werden kann und dass, sobald man sich außerhalb dieses Haushaltes befindet, man Geld dafür bezahlen muss. Das heißt, ich habe ja auch Netflix zu Hause. Und wenn ich jetzt in Urlaub fahre, das habe ich immer bis dato gemacht, das funktioniert noch, weil ich nicht zu Hause eingeloggt bin. Ja, das funktioniert insbesondere daran, dass es so eine bestimmte Anzahl an Geräten gibt, die funktionieren. Also wenn du so zwei, drei Geräte hast, dann funktioniert das bei Netflix noch und du kannst dir dann auch so einmal Codes zusenden lassen und bestätigen, hey, ich bin derjenige, der gerade von diesem Gerät zugreift, weil ich bin ja gerade nicht zu Hause. Es wird aber problematischer, wenn du halt in deiner ganzen Familie das geteilt hast und jeder sitzt woanders und man benutzt verschiedene Geräte, dann sagt Netflix jetzt so langsam, ja, ihr seid ja nicht nur ein Haushalt, sondern ihr seid halt mehrere Haushalte, also müsst ihr dafür auch zahlen. Macht ja auch letztendlich Sinn und ich glaube, da ist ja auch nochmal ein Puffer drin, weil ich glaube, viele nutzen das. Sehr, sehr viele, genau. Und Netflix hat das lange Zeit einfach so akzeptiert, weil sie gesagt haben, ja, Hauptsache, wir kriegen mehr Marktanteile. Jetzt sieht man aber so ein gewisses maximales Wachstum in der Zukunft und muss sich dementsprechend entscheiden, okay, was tun wir? Und jetzt versucht man diesen Weg zu gehen. Der europäische Markt ist einer der letzten, bei denen das jetzt auch verstärkt ausgerollt wird. Man ist aber erfolgreicher, als man teilweise dachte. Also viele behalten ihre Abos eigentlich trotz dessen. Deswegen die steigenden Nutzerzahlen. Allerdings war der Umsatz ein bisschen geringer, als man gedacht hat. Und ja, der Geschäftsausblick ist auch einfach nicht ganz so positiv im Trend liegend, weil man halt auch Bedenken für die Zukunft hat, genau was diese Themen betrifft, wie das durchsetzbar ist. Und die Konkurrenz wird größer, mit Duisnähe und... Genau, man muss immer mehr Geld ausgeben für Serien. All das trübt so ein bisschen, aber Netflix hat ja auch ein sehr starkes Comeback jetzt schon feiern können. Fast, ja, ich glaube, verdoppelt die Aktie, seit wir das letzte Mal hier drüber gesprochen haben. Also, ja, ein kleiner Tropfen auf dem Stein, kann man so sagen. Wir werfen noch einen Blick auf unser Mitgliederdepot, also das Depot, das ihr hier zusammenbaut, mit Titeln, die wir vorstellen. Und letzte Woche haben wir uns entschieden, Baidu dazu zu kaufen. Die sehen wir hier oben. Also hier Baidu-Aktien, die auch zum Glück schon mal gleich ins Plus gelaufen sind für uns. Grundsätzlich sehen wir, dass wir eigentlich im Gesamtdepot einen sehr, sehr positiven Trend haben. Wir haben ja so einmal noch wieder ein, zwei, die aus dem Raster noch fallen. Biontech, da warten wir immer noch auf die neuesten Errungenschaften. Also, ob das neueste Krebsmedikament oder was auch immer uns hier auch den Kurs wieder nach oben beschönigt. Bonovia ist deutlich zurückgekommen. Die Immobilienkonzerne sind gerade mal wieder aus so einem Aufwind. Schwieriges Umfeld, ne? Genau. Sprechen wir übrigens auch am Donnerstag zu in den Investmentwerkstätten. Also, wenn das interessiert, da geht es genau um das Thema Immobilien, Reads. Und ja, auch die Zinswende, die da schon implizit mit dranhängt. Aber wir sehen, ja, viel, viel Grün hier an unserem Depot. Und in Summe sind wir ja auch jetzt mittlerweile ungefähr sieben Prozent im Plus. Wir haben jetzt 60 Prozent ungefähr vom Gesamtdepotvolumen hier aufgebraucht. Also, ein paar Titel kaufen wir noch dazu. Und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann in Zukunft hier nochmal ein neues Depot, vielleicht auch ein Themendepot, mit euch zusammen aufbauen. Aber wir sind eigentlich ganz gut, wir haben 11 OMHs haben wir dabei. Also, gut, gut. Ja, ich würde auch sagen, also, du hast es ja länger wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Aber wir haben ganz gute Wahl getroffen bei vielen dieser Titel. Man muss hier immer dazu sagen, dass die Dividenden auch gar nicht mit dabei sind, weil das hier gar nicht abbildbar ist in Nordwestern. Also, wir haben noch eine ganze Menge, die an Dividenden noch positiv hier hinzukommt. Ich kann das gerne mal ausrechnen, um mal zu gucken. Shimano. Also, ich meine, ich dachte mir der Tour de France, dass Shimano ein bisschen stärker anzieht. Aber gut. Shimano, ja, schwankt immer so mal ein bisschen nach oben, nach unten. Wir haben halt insbesondere die japanischen Werte haben hier sehr positiv reagiert. Facebook natürlich sehr positiv. LWM Asch waren wir sehr früh auch mit dabei in dem Trend. Genau. Aber ich rechne das gerne mal für euch durch. Ich habe es gerade eben angesprochen, Tesla heute so ein bisschen das Thema. Und für viele gählt ja eigentlich Elon Musk als Tesla-Gründer. Das stimmt ja eigentlich nicht so ganz. Wurde ursprünglich ja mal von zwei Ingenieuren gegründet. Martin und Mark hießen die beiden. Und die haben das Unternehmen, weil sie Tesla so toll fanden und ihm ein Tribut zahlen wollten, halt nach Nikola Tesla benannt. Und haben das Unternehmen eigentlich so nach vorne getrieben. Und Elon Musk hat sich dann erst in der Series A-Runde mit eingekauft und wurde dann auch zum Vorstandsmitglied und hat den Vorsitz dann auch bekommen. Er hat also in dieser Series A-Finanzierungsrunde eigentlich sein Gesamtkapital investiert in das Unternehmen. Das waren dann in dem Moment ungefähr 6,3 Millionen US-Dollar. Und damit, ich glaube, 98 Prozent der gesamten Series A-Finanzierungsrunde hat er gezeichnet. Und wo hat er das eigentlich herbekommen, das Kapital? Wir wissen es. Paypal hat er verkauft, hat ungefähr 100 Millionen daraus generiert und hat damit angefangen, halt Tesla, SpaceX und andere Projekte zu gründen und zu finanzieren. Und ja, hat das dann weiter nach vorangetrieben. Seit 2008 befindet man sich da auch wirklich jetzt in Produktion, in Serienproduktion langsam steigen und jetzt halt immer schneller. Also man fängt eigentlich jetzt erst in den letzten Quartalen wirklich an, es weiter auszurollen im Markt. Und ja, im ersten Jahr, in dem das damals aufgenommen wurde, in S&P 500, das Unternehmen, war es schon relativ spektakulär, hat dann 743 Prozent im ersten Jahr kreieren können. Und ja, heute ist man, muss man sagen, Marktführer im Bereich der Elektrofahrzeuge. Konnte jetzt 1,3 Millionen Fahrzeuge im letzten Jahr ausliefern. Und ist natürlich im US-Markt am stärksten, rollt aber auch immer weiter in den Gesamtmarkt aus. China, zweitwichtigster Markt, Europa fällt so danach. Was verkauft man da für Autos? Es gibt mittlerweile vier Modelle. Das Model S, das Model 3, Model X und Model Y ist so ein bisschen unterteilt in Mittelklasse zu Oberklasse, kann man sagen. der erste Roadster war quasi das erste Modell im Jahr 2008. Dann gibt es jetzt S und X, also hier die Variante und diese beiden Varianten sind quasi so die Oberklasse, die älteren Varianten und jetzt geht man so ein bisschen auch in die Mittelschicht mit Model 3 und Model Y. Das kann man dann nochmal tun, ein bisschen verändern. Es gibt ja bald auch, den Cybertruck soll es jetzt bald geben, der wurde ja mal vorgestellt. Schon jahrelang. Genau, jahrelang vorgestellt, bald soll er auch mal wirklich auf den Markt kommen. Dann gibt es ja noch den Roadster 2, so ein Hypercar, was kommen soll. Einen LKW, da ist man auch dran. Also man möchte so an verschiedene Sparten vordringen und produziert wird das Ganze in diesen großen Gigafactories, die dann gebaut werden. Hier in Magdeburg steht ja dann auch eine und ja, damit möchte man quasi jetzt den Automobilmarkt erobern, Stück für Stück. Und das hat in den letzten Jahren ganz gut geklappt. Wir sehen es hier am Marktanteil. Da ist man ja ungefähr jetzt in den USA bei knapp 4% am Automarkt angekommen. Europa und China ziehen nach. Was man aber sieht, wir haben halt einen ganz klaren Wachstumstrend, der hier hochgeht. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wie viele Autos eigentlich dort gerade verkauft werden. Und das sehen wir noch ein bisschen besser, wenn wir uns diese Statistiken angucken. Und da sehen wir, dass halt man doch sehr stark in den einzelnen Quartalen immer mehr Wachstum verzeichnet. Was wir aber auch sehen, und das sehen wir ungefähr hier in diesem Rahmen, ist, dass es mal so einen kleinen Knick gab. Und das kann jetzt an vielen natürlich wirtschaftlichen Themen, ökonomischen Themen liegen, aber es liegt insbesondere auch daran, dass halt nach und nach immer mehr große Autokonzerne nachgezogen haben und auch Autos auf den Markt bringen und damit natürlich mehr Konkurrenz herrscht. Und was Tesla daraufhin gemacht hat und was sie auch jetzt in den letzten Quartalszahlen wieder gezeigt haben und was man immer wieder mitbekommt, ist, man hat die Preise drastisch gesenkt. Also man verkauft Autos fast zu Dumpingpreisen, würden viele sagen. Also man setzt quasi den Verkauf der Preise deutlich niedriger an, verzichtet dafür deutlich auf Marge, muss man sagen, aber man verkauft auch wieder deutlich mehr Autos. Also der Marktanteil steigt wieder und wir haben es gerade eben in den Statistiken gesehen. Und man muss sagen, warum das gerade ganz gut funktioniert oder was eigentlich die Taktik dahinter ist, ist, dass Tesla viel günstiger Autos produzieren kann als alle anderen Autohersteller generell und insbesondere auch im Elektro-Vehikel-Market, also alle elektrischen Autos, die können einfach viel, viel günstiger von Tesla produziert werden und dementsprechend macht man trotzdem noch positive Margen, während die anderen fast negativ margig ihre Autos verkaufen müssen. Wir kennen das VVW, da haben wir aktuell Nachrichten, dass das alles Ladenhüter sein sollen und ja, das ist so die neue Strategie, das heißt Preise runter, Umsatz hoch, erstmal Marktanteile sichern und am Ende kann man die Preise vielleicht wieder adjustieren über Werkstätten, Einnahmen und und und. Das ist das Ziel. Man diversifiziert sich, LKWs, Hypercars, übrigens fährt es nicht und es ist ein starker Brand, es ist ein starker Brand, wenn man über Elektrofahrzeuge, du hast ja selber auch ein Elektrofahrzeug. Hybrid, genau. Genau, aber Tesla hat das schon geschafft. Genau, man steht halt für diese Marke und man möchte die Marke jetzt nutzen, um in andere Branchen einzudringen. Wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, Tesla ist auch relativ verhältnismäßig, zumindest groß, im Solarmarkt. Man hat Solarzellen von der Marke Tesla, die man sich quasi aufs Haus stellen kann. Man möchte halt sagen, hey, wir haben tolle Batterietechnik, wir wollen die auch in anderen Markten verwenden. Und Dachziegel auch von Tesla. Genau. Der Markt stagniert da gerade so ein bisschen, weil man ja vielleicht zum einen nicht den Fokus drauf hat, zum anderen halt, weil vielleicht auch Investitionen da gerade so ein bisschen zurückgefahren werden, von privaten Haushalten insbesondere. Das ist aber so das Ziel von Tesla und wir gucken mal auf unseren Snapshot, wie gesagt, 2003 gegründet. Wir sind ja wieder unter diesen 1.000 Milliarden Marktkapitalisierung. Wir hatten es ja mal schon geschafft. Der Kurs schwankt ja immer mal, kommt mal stark zurück, ist jetzt aber immer mal wieder so im Auf und Ab. Und wir sehen es oben rechts, Umsatzwachstum ist mit 47 Prozent schon signifikant. Also der Großteil wird auch wirklich von Autos noch erzielt. Also Solaranlagen, ich habe es gerade eben zwar erzählt, machen so einen kleinen Anteil aus. Der Gewinn ist auch trotzdem gewachsen, aber die Margen, die sinken halt. Wir sehen es, die Großmargen gehen zurück, die Profitmargen gehen zurück, weil man halt diese Taktik verfolgt, auf dem Markt Großfuß zu fassen. Das KGV liegt bei 76, ist also immer noch sehr sportlich. Sportlich, genau. Aber ja, das ist, jetzt muss der eine sagen, aber mach ich ja trotzdem noch tolle Gewinne und man wächst ja noch an Gewinnen. Ja, das stimmt auch alles, aber in Tesla wird natürlich auch sehr, sehr viel hineinproduziert oder projektiert, muss man sagen. Man erwartet einfach, dass man viel wächst, dass man der Marktführer ist, dass man großflächig Elektroautos hat und vielleicht auch noch andere Technik von Tesla irgendwann die Märkte bestimmt. Man ist jetzt auch an künstlicher Intelligenz dran, es gibt Bots, die man auch nutzen kann, kleine richtigen Sprachmodelle, aber sowas in der Richtung von Tesla, man möchte Roboterentwicklung vorantreiben, also all das steckt ja irgendwie in dem Kosmos drin. Aktuell haben wir aber eigentlich Autos und Autos werfen trotzdem 2,7 Milliarden Dollar hier aktuell Gewinn ab, aber wir sind halt auch ungefähr 830 Milliarden Dollar wert. So extreme Zahlen sieht man fast sonst nur bei anderen großen Konzernen, wenn ich jetzt in Richtung Nvidia gucke, da haben wir auch drauf geguckt schon, wo man auch sehr, sehr viel in die Zukunft projiziert, gerade in dem Hype um künstliche Intelligenz, aber auch bei Tesla sieht man das immer wieder, trotzdem die Aktie 111 Prozent seit Jahresanfang im Plus. Was kann man zu den letzten Quartalszahlen sagen? Ja, 47 Prozent Umsatzwachstum haben wir gesehen, man konnte den Automobilumsatz um 46 Prozent steigern, diese Supercharger machen immer mehr am Umsatz aus, sind ja jetzt auch geöffnet zum Teil für andere Automobilautos, aber wir haben das Problem, dass durch diese sinkenden Kosten für die Fahrzeuge auch einfach die Margen sinken, trotzdem ist man gerade positiv wieder und versucht einfach die Konkurrenz so ein bisschen zu überrumpeln. Wir gucken nochmal auf die Pro- und Contra-Liste. Tesla hat sich eine starke Marktposition, du hast es gerade eben angesprochen, aufgebaut und ist weltweit Marktführer, auch wenn man immer mal wieder auch von chinesischen Unternehmen in Konkurrenz steht. Wir haben das dichteste Ladeinfrastrukturnetz überhaupt, das heißt, da kann man auch wirklich als Tesla-Fahrer zumindest ganz gut regelmäßig laden, während das ja woanders noch ein bisschen schwieriger ist mit seinen Elektrofahrzeugen. Also ich merke das selber mit meinem Hybrid. Ich bin froh, dass ich nicht immer laden muss, weil wenn ich laden müsste, dann hätte ich schon echt ein Problem und in Hamburg gibt es, würde ich mal sagen, verhältnismäßig eigentlich relativ viele Ladestationen. Aber ja, Elon Musk ist ja sehr, sehr innovativ, also treibt Unternehmen immer wieder voran. Wir haben gerade eben das mit dem X angesprochen, also Twitter jetzt umzubenennen in Excitig, Excitig, genau. Ist auch mal eine Idee, weil man sagen muss, dass Twitter halt schon ein großer Markenname ist und für was steht. Auf der Kontra-Seite haben wir, dass wir natürlich trotzdem Konkurrenz haben aus dem europäischen, aus dem asiatischen Markt und wir haben auch eine sehr hohe Bewertung. Das heißt, wir antizipieren wirklich viel für die Zukunft und da kann es immer wieder sein, dass der Kurs stark schwankt. Jetzt zuletzt der Kurs um 8% zurückgegangen, weil man doch erwartet hat, dass man irgendwie noch mehr wächst, noch mehr Autos ausliefert. Es ist ja immer noch so, dass man mehr Autos aktuell produziert, als man verkauft und eigentlich möchte man ja in genau ein umgekehrtes Modell kommen, dass man mehr Autos verkaufen kann, als man eigentlich gerade produziert und irgendwie eher so nachziehen würde. Schafft man noch nicht, will man aber vielleicht hin. Ja und Elon Musk ist zwar eine schillernde Figur, man sagt immer, ja Tesla könnte noch 5 mal, 10 mal, 50 mal so viel wert sein. Es ist natürlich immer so ein bisschen Showman, was nicht verkehrt ist, es ist ja auch der Typ Showman, aber das muss man natürlich immer wieder in den Kontext setzen, dass es zum einen positiv sein kann fürs Unternehmen, zum anderen vielleicht auch mal negativ. Wir haben es bei Twitter gesehen, da mussten einige Aktien verkauft werden, auch das hat nicht dazu geführt, dass der Kurs jetzt erstmal gestützt werden konnte. Ihr kennt das, ich mache mal die Abstimmung zu Ende für die Optionsstrategien. Ich merke, ihr seid daran sehr interessiert. Ich glaube, dann wird da in Zukunft definitiv was zukommen. Wir werden dazu was zu erzählen. Ihr wisst, ich finde Optionen Optionsstrategien total interessant. Es gibt aber auch noch andere in unserem Kosmos, die das sehr spannend finden und da packen wir bestimmt noch was Spannendes für euch aus. Ich mache dafür aber mal die nächste Umfrage für euch auf und ihr kennt das Ganze, die Frage, kaufen wir Tesla in unser Depot? Ja, nein, auch da dürft ihr gerne mal entscheiden, wie ihr dazu steht und ich gehe so lange schon mal in die nächste Woche. Denn diese Woche ist auch wieder sehr, sehr spannend. Ihr seht es, nur große Namen, die hier fast draufstehen. Microsoft, Alphabet, Visa, LVM, Asch, Coca-Cola, Meta, Hilton, Boeing. Also ich glaube, ich muss fast gar nicht dafür sagen, jeder weiß was, was die großen Unternehmen hier machen, weil das wirklich sehr, sehr bekannte Namen sind. Und ich glaube, die ganze Woche wird es sehr spannend sein und wird uns auch ein bisschen Wegweisung geben, wo vielleicht die weiteren Wochen der Quartalszahlen so hingehen und auch vielleicht das weitere Marktmomentum hingehen. Generell blickt man relativ positiv momentan auf die Quartalszahlen, weil die von den großen Unternehmen bisher wirklich alle sehr solide waren. Aber wir haben es bei Tesla und bei Netflix gesehen, da hat der Markt vielleicht doch ein bisschen was anderes erwartet. Das heißt, es wird weiter spannend geben. Also wir haben natürlich neben diesen Zahlen hier oder in diesen Unternehmen auch noch viele, viele weitere. Wir haben Nestle, wir haben Mercedes, Shell, Volkswagen, Ebay. Alles, was Rang und Namen hat. Genau, alles, was man so kennt, ist wirklich mit dabei und wir haben, wie gesagt, auch drei sehr spannende Termine diese Woche, insbesondere die Zinsentscheidung der FED, die Zinsentscheidung der EZB stehen an, wir haben Bank of Japan noch, also einiges los und wir haben natürlich noch so ein bisschen was an Aktienprogramm auch, wie gesagt, ich habe es angesprochen, Investmentwerkstatt, wir gucken uns die Reeds an für alle Aktienclubmitglieder am 27.07., also am Donnerstag Nachmittag wieder, 16.45 Uhr, gucken wir uns die Immobilien an, lohnt sich da gerade vielleicht so ein Einstieg, kann man das machen, wie fern passt da auch gerade die potenziell ausstehende Zinswende dazu und wir haben auch die Aktienwerkstatt in der folgenden Woche, wo wir unser Bewertungsschema nochmal live anwenden, da könnt ihr euch gerne nochmal Titel aussuchen, die wir dann da live schreiben. nochmal ein Riesenkompliment, also hier nochmal Riesenkompliment, das, was ihr in den letzten Jahren jetzt auf die Beine gestellt habt im Aktienbereich, ja, und ich glaube auch der eine oder andere Clubmitglied, möchte ich jetzt gerne hier auch nochmal einen Aufruf starten, also Trading ist eine Disziplin, aber für die Familie, für generell Investitionen, auch für Altersvorsorge, Absicherung, etc., da gehören Aktien mit hinzu und ja, eigentlich ist es im Club eigentlich ein Pflichtprogramm bei euch dabei zu sein, denn das, was ihr da macht, ist wirklich sensationell und muss ich einfach sagen, ich kenne die Mitbewerber, was auf dem Markt so ist und wir werden und ihr werdet vor allen Dingen da weiter einen Schritt nach vorne gehen und ich weiß, was in der Pipeline ist und dann werden wir genauso wie im Trading hier mit Sicherheit die Nummer 1 werden in Deutschland, was das Aktienbereich ist und ihr seid auf dem besten Weg, also riesen Kompliment. Du weißt ja gerade, wie es hier steht, kurzfristig ist es riskant zu investieren, langfristig ist es riskant nicht zu investieren, ich glaube, das trifft ziemlich gut auf die Aktienbereich. Es ist euer Slogan, es ist nur schade, das muss ich sagen, es ist schade, dass die Clubmitglieder noch nicht diese Brücke rübergelegt haben, weil ich glaube, selbst wenn man erfolgreich investiert, man muss sich inspirieren lassen, man muss über den Tellerrand schauen und ich weiß, dass ihr beide ja so viele Dinge da auch vermittelt, gehört eigentlich dazu. Also liebe Clubmitglieder, macht euch mal Gedanken, ob ihr nicht euch auch im Aktienbereich ein bisschen stärker involvieren wollt. In diesem Sinne gebe ich dir natürlich nochmal das letzte Wort. Gute Schlussworte, Carlos, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt. Wir sehen uns, wie gesagt, am Donnerstag beziehungsweise am nächsten Donnerstag oder am nächsten Market Roundup wieder. Aber Elon wird nicht gekauft hier. Elon, ja, es ist noch gerade ein Kampf, muss man sagen. Also ich lasse es vielleicht mal so ein, zwei Sekunden auf. Wir sind zu 48% zu Ja, 52% zu Nein. Das ist ja nicht eindeutig. Ja, es ist enge Kiste. Ich lasse es nochmal kurz offen, aber genau, wir sehen uns ansonsten in der nächsten Woche. Sehr schön. War mir eine große Ehre. Liebe Grüße. Schönen Urlaub, Carlos. Danke, danke. Bis dann. Ciao.